So, hallo und herzlich willkommen zu einer Runde, äh, Survive auf FunWid.eu, den besten deutschen Minecraft-Server und ich spiele heute mal anders als sonst, nicht mit Andi oder Kieran, sondern mit dem Karsten. Was geht ab? Und, äh, genau dein Channel heißt aber JB, das ist so ein bisschen, da muss man sich dran gewöhnen. Ja, so und genau, äh, Survive ist dieser neue Spielmodus, geht schon, genau, auf FunWid.eu und das ist quasi, man, quasi Survival-Games nur mit abbauen. Karsten, wo bist du? Wo bist du? Ich baue gerade Häuser ab. Ich sehe Menschen. Äh, Häuser. Hier sind so viele Menschen. Holz meine ich. Ja, scheiße, jetzt muss man sich erstmal finden, ne, das fällt mir gerade auf. Also wir haben beide keine Ahnung von diesem Spielmodus. Äh, ich sehe Millie, da ist Zander. Ja, ich glaube, man, man, ich glaube, man wird, man wird immer in so Gruppen gedroppt, habe ich das Gefühl. Echt? Zumindest glaube ich das. Also weil, ich glaube nicht, dass alle Spieler auf einen Haufen starten, oder? Also es wäre erstmal geil, wenn wir uns finden, aber, äh, warte, ey, warte, ich sehe Zander, ich sehe Zander. Zander sehe ich auch. Ah, du hast Mangro, das bist du. Hallo. Oh, wo bist du? Hier. Ah, hier, okay. Oh, scheiße, Friedensphase endet in 30 Sekunden. Lass mal ein bisschen verdünnisieren, ne? Lass das Pferdchen nehmen. Das ist ein Baby. Ach, nee, das ist ein Baby. Ah, lass erst mal ein bisschen weiter weg, das ist irgendwie, ich habe keinen Bock, so gleich auf Beef am Anfang. Äh, Schwein vorher noch mitnehmen? Ja, mach mal. Ey, warum vor... Sind so viele Menschen? Oh, 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 oh. Wir haben nicht mal eine Waffe. Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Komm, lass abhauen. Ah, ja. Also ich kann, ich bin, also genau, bei Survive, da kann man am Anfang so mehrere Kids wählen, also Klassen, da kann man dann quasi so ein Anfangs, äh, Items. Ich habe Drache gewählt, damit kann ich Feuerbälle schießen und hab, und kann höher springen. Was ist du? Ich hab, ähm, Tank genommen. Ich hab so eine coole... Rüstung. Äh, ja. Ja, genau. Das ist eine Brustplatte, mit irgendwas verzaubert. Ich hab noch nicht geguckt, was... Ich mach mir auf jeden Fall erstmal ein Holzschwert, eine Pickaxe. Und dann am besten, ja, noch, noch eine Axt obendrauf. Genau, also, äh, Andi und Kilian sind jeweils mit Zander und Earlyboy in einem Team. Und die huschen dann auch hier irgendwo auf dem Weg. Natürlich sind ja auch noch viele andere Random-Spieler. So, äh, ja, wir sollten uns erstmal irgendwie Stein besorgen, ne? Ja. Warte. Du hast eine Axt. Wow. Er ist schon tot? Weil Stein wäre, ist auf jeden Fall schon mal Pflicht. Lass mal hier, warte, hier vorne. Eine Schlucht oder sowas wäre ganz nett. Wir können auch die hier im Wasser, oder nicht? Naja, das ist ja nur eine Höhle. Warte, lass mal nicht sprinten, sonst haben wir bald Hunger. Aber sonst kommen wir auch nicht voran. Ich hab, ich hab neun Fleisch. Echt? Ja. Genau. Warte, lass mal kurz bei der Höhle, da sind wir so relativ geschützt. Genau, erstmal so ein cooles Ding reinbauen. Zack. Und das Ganze geht halt so lange, bis nur noch ein Spieler übrig bleibt, oder so ähnlich. Und hier sind, äh... Deathmatch hab ich gesehen. Echt? Oder Deathmatch, keine Ahnung. Ja. Ja, und hier sind Teams von bis zu vier Spielern gestattet und die maximale Spieleranzahl beträgt 30 und das ist halt eine random generierte, abgegrenzte Map. Also wie gesagt... Random generiert? Ja, ja, die ist komplett random. Ich glaub, das ist einfach quasi eine normale Welt mit halbem Rand, ne? Thunder hat bestimmt so Kisten versteckt irgendwo. Genau. Cheatet der Unverschämte. Kann kein Eisen abbauen. Oh je, oh je. Also der Spielmodus ist noch recht fresh hier. Ich hoffe, wir werden nicht gleich auf ähnliche Probleme stoßen. Hier ist ein Crafting Table, ne? Mach mir schon mal Steinspitzhack hier. Genau. Steinschwert auf jeden Fall auch schon mal, falls hier irgendwelche dreisten Gestalten ankommen. Ich frag mich, ob es irgendwann, ob es hier auch so... Da hinten war irgendwo eine Schlucht, das weiß ich noch. Ja. Lass am besten schnell weiterziehen, bevor uns hier Zeitvertreffer... Ja genau, weil hier werden wir nichts finden außer Stein mit ganz viel Glück. Wir sind... Ey, hier ist Kohle. Lass mal die Kohle auf jeden Fall mitnehmen. Ah, du hast Kohle gefunden? Nice. Hier unten im Wasser. Oh scheiß, warte, ich würd mich mal das da hinbauen, dann... Weil wenn man im Wasser steht, ist man ja mega langsam beim Abbauen. Und noch mehr, oder war es das? Naja, das war es. Okay. Als hab ich dir die Kohle weggesnackt. Ja, das ist ja relativ egal. Gib dir die gleich. Ne, das ist ja egal, wir werden wahrscheinlich wie so einen Ofen haben. Fest mal für zwei Minuten statt. Die Map hier zu Ende, oder? Uh! Uh, wo bist du hin? Bei dem Rand? Ah, fest mal, ich glaub da spawnen dann irgendwelche Kisten, oder soll das mal da nicht hingehen? Wenn du wahrscheinlich viele andere sein, erstmal mit so ein bisschen Equip. Ey, was hat deine Rüstung jetzt für eine Verzauberung? Wahrscheinlich Protection, oder so. Achja. Blast Protection, Fire Protection und Projectile Protection. Also, blablablabla. Okay, also gegen Bogen, Explosions und irgendwas anderes. Ich nehm meine Tulpe mit, ich schenk die gleich einem. Das wird uns retten, bestimmt in der Not. Also, ah, warte. Ah, nee. Ey, da hinten, warte, da ist, ey. Ey, da sind andere Spieler, da ist irgendein Spieler. Lass mal klatschen, lass mal klatschen, lass mal klatschen, lass mal klatschen. Wo bist du? Hier oben. Komm, warte, wir sneaken uns jetzt hier. Siehst du, siehst du da hinten dieses Loch im Boden? Da war eben so ein, so ein, so ein, so ein, da war eben so ein Typ. Und der Typ ist in diesem Loch verschwunden. Und da werden wir jetzt tief, wir werden jetzt zugreifen. Siehst du, oh, das sind die Spieler, na? Okay, das sind drei Leute, wir lassen das. Aber das schweig. Wenn wir aus dem Hinterhalt kommen. Ja, aber drei Leute sind drei Leute, da wird mindestens einer von uns sterben. Ah, hast du auch wieder recht. Oder? Ja, oder, vielleicht sind wir getrennt, lass mal es sneaken. Sneaken auf jeden Fall. Also umschalten. Sollen wir uns erst noch die Steaks, äh, warten? Wer vielleicht, ja, wer, na wo, nee, komm, das können wir jetzt nicht machen. Jetzt ist, okay. Jetzt geht's jetzt für Beef. Ey, Zander und Andy sind gestorben. Nein. Äh, da sind drei Leute, das kann man vergessen. Ah, komm. Yolo. Warte, ich soll ich mal Feuer, ich schieße Feuerbälle. Und jetzt. Angriff. Austriebe. Los. Ah, ah, komm, 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 knall die, knall sie. Ja, ja. Boah, warte, pass auf, pass auf, pass auf, pass auf. Erstmal, erstmal retten, erstmal, also, essen. Junge, was war das für ein geiler Angriff? Nice. Die Übermenschen, die Übermenschen haben zu... Ey, da unten ist eine Eisenrüstung. Geil. Äh. Hat ein Tank gedroppt, glaube ich. Hier ist Eisen. Geil, ich habe jetzt auch so eine Rüstung. Eisen kann man echt nicht abbauen. Doch, kann man. Ja, ich glaube, ich habe das Gefühl, man muss erstmal so ein gewisses Maß an Bosshaftigkeit erreicht haben, bevor man das Eisen abbauen kann. Ja, das haben wir, oder? Ey, geil, ich habe jetzt auch so ein Opa. Also, es gibt noch eine Klasse, die heißt Opa. Ich habe jetzt den... Der hat Knockback 2, das Ding. Ich habe eine... Ist einfach richtig geil, wenn man andere Leute klatscht, die halt eine andere Klasse hatten, hat man halt auch die Vorteile von den anderen Klassen. Ich kann irgendwie gar nichts mehr abbauen gerade. Doch, das Eisen, doch, geht. Wo bin ich gerade bei dir? Direkt vor mir. Bist du das? Ich kann alles abbauen. Ich nicht. Probierst du mal ein anderes Werkzeug? Probierst du mal mit einem anderen Werkzeug? Äh. Also mit einer anderen Pickaxe zum Beispiel. Auch nicht. Ja, gut. Also ich habe vier Eisen abgebaut, aber... Ja, lass... Lass erstmal hier... Warte, egal, die haben richtig viel Kohle. Warte, ich habe da gerade so jetzt... Tu mal alle Beefs, alles Fleisch rein, was du hast. Ich mache uns nochmal einen zweiten Ofen, da können wir dann Eisen braten. Äh, Eisen schmelzen, oder wie man das dann nennt. Dann können wir zu jedem Fall schon mal Eisenschwerter machen. Aber wir sind auf jeden Fall jetzt schon mal ziemlich gut aufgestellt. Tu mal alles Eisen in den zweiten Ofen rein. Ja. Ah! Hä? Also, das warst du. Ich dachte schon, hä, warum schreit der jetzt so rum? Ja, hä? Ja, das... Irgendwie buckt da was. Manchmal flackert da so einer dieser Spieler auf, die tot sind. Ah, vielleicht spectaten die. Das buckt noch ein bisschen. Also, wie gesagt, das ist ein Neuspielmodus. Das kann immer noch so ein bisschen... Ja, das Update kam vor fünf Minuten erst raus, ne? Ja, also zumindest das Update von dem... Update, also quasi... Das Update des Updates? Quasi. Ey, jetzt nicht zu weit. Nicht, dass wir gleich allein erwischt werden. Dann sind wir nämlich ziemlich am Arsch. Ja, ich hab nur geguckt, ob hier noch Eisen ist. Ey. Ja, gut, Kohle geht. So. Würde dir ja gerne helfen, irgendwas... Ja, im Moment, eigentlich können wir jetzt erstmal nur warten, bis wir alles haben. Ich nehme mir schon mit... Hier ist noch mehr Kohle? Ja, das Kohle ist jetzt erstmal nicht. So, ich hab mir jetzt ein Eisenschwert gemacht. Du kannst dir gleich die... Hier ist noch Eisen, aber ich kann's nicht abbauen. Warte, ich komm nicht. Ah, doch. Jetzt kann ich plötzlich wieder abbauen. Was soll das denn? Ja, das ist halt... Das ist halt kein... Ne? Das ist halt ein Special-Spiel-Modus. Meine Boss-Haftigkeit ist ein bisschen gesunken. Genau. Weil das halt so... Wenn man Leute killt, dann steigt die. Und wenn man halt lange nichts killt, dann sinkt die halt langsam wieder. Das ist halt so ein... Quasi so ein intern gespeierter Wert. Den kann man nicht sehen. Ähm... Und es wird... Und der wird halt... Senkt sich halt nach einer Weile wieder. Machen wir auch ein Eisenschwert, ja? Jaja, natürlich. Du solltest fragen, was machen wir danach aus Eisen? Ey, ich hab 13 Eisen. Daraus können wir was Geiles machen. Da können wir uns beide erstmal eine Hose machen und sowas. Warte, ich mach uns beiden mal eine Hose. Ein Eisen hab ich auch noch. Ja, gib mal ein Eisen, dann kann ich dir auch noch eine Hose machen. Ich hab nämlich noch 6. Genau. So, dann mach ein Eisen. So. Warum werde ich das nie raus? So, jetzt hier eine Hose. Nice. Das ist richtig... Also in Text-Effekt, was ich hab, das sind Hosen einfach nur solche komischen Knieschoner, was mir gerade auffällt. Welche Text-Effekt hast du? Hast du überhaupt eins? Ich hab... Nee, ich hab gar keine. Ich mag keinen Text-Effekt. So. Jetzt hab ich hier noch 2 Eisen. Ein bisschen Eisen wäre noch geil. Das würde vielleicht noch eine bessere Rüstung insgesamt haben. Also ich hab jetzt natürlich meinen Vorteil meiner Klasse so mehr oder weniger komplett verballert. Ja, aber trotzdem. Drei Leute auseinandergenommen. Das war schon eine ordentliche Leistung. Aber hier unten geht's gar nicht weiter, ne? Nee, aber ich hier vermute, dass hier vielleicht noch irgendwo eins ist. Weil ich hier gerade eben was abgebaut hab. Nee, nee. Kann ich schon wieder keine Blöcke abbauen. Ja, ich würd sagen, hier unten finden wir nichts mehr. Wollen wir vielleicht mal weiterziehen, ob wir noch wo was anderes finden oder so. Macht die Öfen leer. Ja, ja. Aber zu essen haben wir jetzt ziemlich... Wie viel hast du zu essen? Äh, eins. Warte, hier hast du auf jeden Fall schon mal 5 Steaks. Hast du auch genug? Ja, ich hab 7 Cooked Porkchops. Okay. Und warte jetzt... Cooked Porkchops. Ha, ha, ha. Jetzt warten wir noch kurz, bis das hier die restlichen fertig geguckt sind. Warte, geb ich hier gleich auch noch welche. Sind noch nicht fertig. So, ich hab auf jeden Fall diesen geilen Opa-Stab, das Gefühl. Darf ich dir mal kurz einen hier ausprobieren? Der hat nur einen Knockback, der dürfte ja echt keinen Schaden machen. Hau rein. Oder kaum Schaden. Der hat kein Herz, kein... So, wie viel Essen hast du jetzt? Ja, reicht auf jeden Fall erstmal. Warte, hier geb ich dir nochmal 2 Cookchops hier. Okay. So, äh... Ja, die Kohle auf jeden Fall noch mit, nehm scheiß auf die Öfen. So, lass mal hier rausgehen. Und immer, ob acht, ob nicht irgendwelche Menschen in der Nähe sind. Das ist ne Wüste. Das ist ne Wüste. Ich glaub nicht, dass man da... Na gut, warum sollte man da nichts finden? Ey, ist hier ne Höhle? Warte. Hier ist ne Höhle, hier ist ne Höhle. Äh... Wo denn? Ach, hier. Weil, was mir noch ganz lieb wäre, wenn wir noch ein bisschen, naja... Eisen gedüns hätten. Holz wäre auch nicht schlecht. Ich hab nix mehr. Äh, ich hab noch, ich hab noch ordentlich. Warte, hier kann... Nimm mal hier die Hälfte. Ey, ist auf jeden Fall noch schön viel Eisen. So, ich schau mal kurz. Hier ist, glaub ich, gleich ne Sackgasse. Also, entweder... Ich hab übertriebensten Server-Lag. Oder... Oder ich kann echt kein Eis haben. Na, ich glaub, das ist kein Lack, das ist einfach Bug. Das mit dem Abbauen, oder? Oder Early hat's so gedacht, naja... Der Mangro. Das ist ein Höhle, so... Der darf nicht richtig spielen. Der muss... Ja, Early spielt ja mit. Und der hat das Ganze ja auch programmiert teilweise. Ja. Stimmt, hat er sich hier so ein Hintertürchen eingebaut, dass er einfach einen Spieler auswählen kann. Und der ist dann halt ein bisschen im Nachteil. Komm mal her, ich krieg das Eisen nicht weg. Warte, 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 warte. Ich hab hier auch noch so eine schöne Cola-Ader. Okay, ich guck mal rum, ob ich irgendwelche Nicknames sehe. Nicknacks? Nicknames. Achso. Ey, wo hast du Eisen gehabt? Ach da. Hier. Manchmal brauche ich zwei Versuche. Lass mal hier weitergehen. Oder ist sie überhaupt noch? Ne, ist auch eine Sackgasse. Ja. Noch ein Fest mal. Eigentlich... Könnten wir mal versuchen. Gucken, was da abgeht, oder? Wie weit sind wir denn? 163, 88. Und was war die letzte Koordinate? Ey, das ist ziemlich in der Nähe. Echt? Also, es ist halt ziemlich halbwegs in der Nähe. Aber warte, mir wäre es lieb, wenn wir... Ist es jetzt schon da? Ach, in vier Minuten. Lass mal erst nochmal, äh... Hast du... Wie viel Eisenerz hast du? Äh, fünf. Fünf, das ist schon mal geil. Ich hab acht. Bisschen Kohle rein. Jetzt können wir nämlich noch mehr Eisengedöns machen. Wir brauchen nur noch Helm und Schuhe. Stimmt. Also, vierzehn Stück. Ne, ich glaub, ja, achtzehn. Komm, da werden wir hier doch noch finden. Ne, wir haben die komplette Hülle schon erkundet. Echt? Echt. Ah, schade. Wäre nice gewesen, wenn wir jetzt nur Full-Iron wären. Ja. Ich nehm mal die Fackeln wieder mit. Wo die teilweise irgendwie nicht aufgenommen werden. Bin gespannt, ob wir irgendwo Leute mit Diamantsachen rumhuschen. Das wäre schon ziemlich... Die Diamanten generiert werden? Das wäre natürlich unfair, Alter. Naja, muss halt tief genug kommen, ne? In welche Richtung ist das denn? Das letzte Mal. Äh, man muss halt schauen, wo wir sind. Wir sind 170, also X stimmt eigentlich schon. 88. Minus 45. Also müssen wir eigentlich nur in Z-Richtung gehen. Ja, das ist Richtung Mitte. Das ist Richtung... Also in diese Richtung, wo wir gerade... Also wenn ich gerade auf den Ofen von hier drauf schaue, dann direkt. Ja, genau. Äh, warte, wollen wir vielleicht noch einen Ofen bauen? Dann dauert das nicht so lange. Schneller, ne? Ja, warte, ich mach mal noch einen. Zack. So. Alter, irgendwie, ich liebe diesen Spielmodus. Gefällt mir. Erinnert mich ein bisschen an Hunger Games. Ja, ja, also jetzt... Ja, gut, ich finde es halt geil, dass es hier mit Abbauen und allem ist. Ja. Irgendwann hat Angst, dass wir irgendwann so richtig von so einem Übertrupp überrascht werden. Aber mit meinem Opa-Stab kann ich die alle wegbashen. Könnt ihr uns nicht verfolgen, wenn wir wegrennen. Ich hab schon einen Helm für dich. Yay, vielen Dank. Zack. Ich glaub, ich kann dir auch schon einen machen. Ne, eins fehlt noch. Warum machen wir uns nicht Trainer einen? Ja, ja, das... Ja, wie gut, aber jetzt ist es halt so. So, hier, viel Spaß damit. Danke. So, jetzt reicht's aber, glaub ich... Reicht's, jetzt reicht's, glaub ich, noch für... Ich glaub, es reicht nicht für zwei Paar Schuhe, ne? Wieviel hast du an Eisen? Ich hab ein. Na, dann sind's fünf. Lass nur einen Helm craften, einfach so. Nein, nein, vielleicht finden wir da noch was. Bucket? Bucket? Also jeweils einen Eimer? Ah, nee, reicht auch nicht. So. Ey, geh mal nicht zu weit weg, ich hab Angst, dass du stirbst. Na, ich guck nur, ob hier irgendwo ein Lava-Szenen der Nähe ist. Achso, dann... Ja gut, mit Lava ist man richtig über, einfach so ein Lava-Eimer drin. So, ich hab jetzt volle Eisenrüstung. Und jetzt fehlen noch drei Eisen, dann haben... Kannst du auch noch Boots haben. Ja. Lindensteel? Ne, das bringt's auch nicht andere an. Ne, anzünden bringt auch nicht viel. So. Lass weiter marschieren. Ähm, wir wollten einfach nur Z-Richtung, ne? Jo. Wo bist du? Ah, ich seh den Namen. Ja. Dann lass mal hier rüber. Ja, ist das vielleicht eine Höhle? Vielleicht wär jetzt echt schon dran... Da drüben? Ja, hier vorne am Fluss, siehst du, dieser Eingang da rechts? Ja. Weil noch drei, drei Eisen... Ey, das sind, das sind Namen, das sind Namen... Sneaken, sneaken, sneaken. Ich, ich seh's... Ich seh mehrere Namen, dass man irgendwie hab... Wo denn? Die sneaken jetzt, glaub ich auch, komm, folgt mal mir, aber gesneakt. Sneaken, sneaken, sneaken. Es leben einfach nur 24 Spieler, das ist richtig viel. Na, die Anzeige stimmt nicht, guck mal auf Tab. Ja, ey, Höhle. Ja. Wow. Ah, ahi. Ja, ist richtig geil, lauf mal gegen das Karten-Map-Ende gegen. Ja. Denn die, die Herzen, die Herzen. Wo waren denn die Namen, die du gesehen hast? Die waren in der Richtung, die wir gerade laufen. Ich will dieses Fest mal haben. Ja, da, Name, Name. Da ist Early Boy. Early Bob, Early Bob, Early Bob. Äh. Early Bob? Early Bob. Warte, lass mal zusammenbleiben, das ist safer. Ja, komm mal hier hoch. Wo bist du? Ich bin hier oben. Wo ist hier oben? Also, an diesem Höhlenausgang. Ah, da. Ich habe gerade richtig Angst, irgendwie. Ich will dieses Fest mal haben. Ja, wo erscheint das nochmal? Warte, wir sind, äh. Der Minus 45. Wo hast du erstmal hoch? Oh, minus 45, 88 fehlt uns. Oh, wir sind ein bisschen ab vom Kurs. Oh, wir sind, ja. Äh, in diese Richtung hier, in diese Richtung hier. Aber da, ich glaube, das war auch... Das ist wohl die ganzen... Ey, da oben ist irgendwas. Da vorne? Ey, da sind Namen. Links sind Namen. Auf, auf den Blättern. Oben. Scheiße, da ist Kian. Komm, lass den holen, lass den holen. Lass den holen. Jetzt, 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 jetzt. Hahahaha. Hahahaha. Wow, wow, wow. Early Bob, early Bob, early Bob. Hey, wie die, wie die überhaupt keine Rüstung haben. Ey, hau doch nicht ab, hau doch nicht ab. Early Bob. Boy. Boy. Nicht wegrennen. Hey, wie gerade mein Puls rast. Oh, meine auch. Scheiße, jetzt haben wir ganz viel Stuff von Kian, nicht. Aber early Bob zu killen, wäre jetzt schon noch so eine, so eine Genugtuung. Ja, ja, ja. Wie wir einfach unterwegs im Boss-Modus. Das ist das Stichwort. Oh, ich habe Potions bekommen. Ich auch. Splash Potion of Weakness, das ist schon mal nicht schlecht. Ey, lass mal, lass mal, lass mal, lass mal schnell zurück zu Kian's Todesstelle gehen. Ja. Hey, Alter, wie gut wir sind. Wir haben volle Eisenrüstung. Was haben die denn die ganze Zeit gemacht? Oh, scheiße. Haben die da gechillt, oder was? Natürlich, ja gut, die haben keine Chance, weil wir halt volle Eisenrüstung gepasst haben. Ey, ich habe genug Eisen, um dir Boots zu machen. Warte, das mache ich jetzt sofort. Ich habe schon Boots. Ich habe sogar noch Boots im Inventar. Überflüssige Boots. Warte, dieses Wolle, die schmeiße ich mal weg. Wo war das, wo Kian gestorben ist? Das war, ich meine eigentlich zu wissen, grob, weil ich habe ja einen phänomenalen Orientierungssinn. Okay, jetzt, okay, ich habe doch keine... War das nicht hier drüben? Das müsste da oben irgendwo gewesen sein. Das war so ziemlich auf dieser Bergspitze, sofern man das als Berg bezeichnen kann. Aber ich hatte meine Koordinaten an. Das war ungefähr bei 180 X. Wir sollten nicht aneinander drinstehen. Okay. Das Festmall ist da. Das Festmall ist gerichtet. Da müssten wir jetzt direkt dran vorbeikommen. Ah, hier ist Kians Todesstelle. Hier ist eine Kiste. Hier sind die ganzen Kisten. Jawohl. Ja, wo siehst du Kisten? Zwei Di... Äh, zwei Eisenschwerter. Zwei, zwei Diamanten? Ne, Eisen. Ich habe mich versprochen. Hey, ich habe eine Enchanting-Table. Ich verzauber mal mein Eisenschwert. Ja, ich habe auch ein Level. Sharpness 1 habe ich jetzt drauf. Das ist schon mal ziemlich gut. Nice. Was kriege ich? Bestimmt Bane of Archipods. Nein, ich habe auch Sharpness. Ey, warte. Ich würde mal deinen ganzen Müll und diese Truhen rein... Bist du angegriffen? Ne, ne, ich bin gefallen. Ey, du machst mir Angst. Pass. Äh... Ey, ich habe auch diesen Nausea. Ich glaube, dass dieses Schiff... Nausea ist, wenn... Dann dieses Kotzen, ne? Ja, genau. So, erstmal die ganzen Scheiß. Nimm Pfeile auch auf jeden Fall mit. Jojo. Einen Bogen habe ich leider noch nicht. Ich tue auf jeden Fall meinen ganzen Müll mal hier rein. Zack. Ich weiß nicht, ob wir... Uns verpissen sollten. ...so alles... ...alles da ablegen sollten. Nicht, dass wir nachher was ablegen, was für uns Wunder ist, aber für andere wertvoll ist. Ne, Steinwerkzeuge sind für niemanden wertvoll. Also ich würde auf keinen Fall Eisen oder sowas ablegen. So, ich habe auf jeden Fall zwei Splash Potions unten drin. Zack, zack, zack. Einfach drei Eisenschwerter. Ja gut, die würde ich auf keinen Fall ablegen. Obwohl jeder inzwischen Eisen haben dürfte, aber man weiß ja nie. So, jetzt, äh, leben noch wir beide. Mein Konto. Milli LP. Sind Niko, Mitzigütesis und Kivor. Hä, aber jetzt mal ohne Witz. Was haben die denn die ganze Zeit gemacht? Ich weiß es nicht. Die hatten ja nichts. Der hatte eine Lederkappe auf dem Kopf. Es ist nur die Frage, wo die anderen sind. Ey, da vorne ist eine geile Schlucht, obwohl, eigentlich haben wir jetzt, das ist eigentlich, was uns jetzt noch interessiert, sind Diamanten eigentlich. Ey, da ist Lava. Wo? Komm, hier, komm, siehst du mich? Hier, hier, hier. Ja. Wie viel Eisen hast du? Äh, fünf. Wir machen uns jetzt auf jeden Fall erstmal Lava-Eimer, damit wir die anderen einfach... Ich hab, ich hab zwei. Können wir auf jeden Fall zwei Lava-Eimer machen, das ist schon mal geil. Das ist geil, das ist geil. Zip, Crafting Bench. Äh, achso, ich hab da nur zwei Lava-Eimer machen. Wir werfen mal, genau, werfen wir mich rein. Zack. Bucket. Ich mach die beide mal voll für uns. Ja. Jetzt bloß nicht reinfallen, das wäre Panne. Bleib mal, Buck das rum. Ne, Buck nicht rum. Kannst du dich aufnehmen? Der ist leer. Hä, ich hab, was ist Bucket? Ich hab mehrere... Äh, schau mal mich an. Was ist mit dem, ist der leer? Der ist auch leer. Und jetzt... Und jetzt jemand sieht uns. Ich glaub, das würde der nicht schreiben, wenn er uns wirklich sehen würde. Äh, das mit dem Lava-Eimer funktioniert, das funktioniert schon. Ey, kletter da bitte nicht drauf rum. Ja, lass mal verziehen. Aber wohin? Random über die Map stolzieren. Ja, da wo wir jetzt waren. Ey, warte, ich würde gerne mal noch die Chicken brennen, die ich hier habe. Ich habe noch 15 Steaks, also wenn du Hunger hast, ne? Ich würde mir vielleicht 5 geben. 4, 5, ja. Äh. Ich kann dir sogar mehr geben, wenn du willst. Ich habe ja auch noch 6 Pockjobs. So, danke. Lass mal hier lang gehen. Da sind wir doch hergekommen, das ist auch Ende der Map. So, keine Ahnung. Lass mal hier in die Richtung mehr. Ja. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie groß die Map ist. Mal in Wasser aufnehmen? Ja, aber das bringt aber auch nichts. Außer die zünden uns an, aber das glaube ich nicht. Das wäre auch noch eine Maßnahme. Hier mal ein bisschen Gravel abbauen. Ich habe einfach meine Schaufel und Pickaxe weggetan. In der Küste. Ja, was bringt uns Gravel? Eisen bringt uns ordentlich. Wir können natürlich nur runtergehen, hoffen Diamanten zu finden, aber das ist ziemlich unwahrscheinlich. Oh, ein Knochen wäre nice. Hier sind Wölfe. Wölfe? 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 Ne, das ist auch so. Das ist gar nicht tief genug für die. Ey, nicht dass wir hier runtergeschubst werden, musst du echt aufpassen. Wir wissen nur, wie dieser Typ ist, der uns angeblich sieht. Allein schaffe ich euch zwei nicht. Warte, wenn der uns sieht, müssten wir ihn... Lass mal auf den Berg gehen und versuchen, ob wir ihn dann erspähen können. Ich habe gerade schon... Ja gut, der wird alleine sein und der sieht halt unsere Boss-Aura, wie die uns umgibt. Da traut er sich nicht. Noch ein Festmahl. Ey, Festmahl. Auf jeden Fall hin. Ja? Auf jeden Fall. Dann müssen wir X-Richtung. Minus 100. Eigentlich ist schon mal die hier. Es stimmt, alles ist... Ja gut, voll in X-Richtung ist scheiße. Lass erstmal X-Richtung klar machen. Ah, genau, Kila und Earlyboy haben ja die ganze Zeit gekämpft für das Festmahl, ne? Wahrscheinlich. So, aber was wir jetzt auf jeden Fall erklärt haben, Festmahl ist auch Items. Weil meine erste Vermutung war, dass es vielleicht nur... Ey geil, da hinten ist so eine rote Wüste und so eine Steppe. Sowas habe ich nicht normal gesehen. Ich habe auch einen Craft-Tech-Server gefunden. Auch mal so... So eine rote? ...ein Thema abzuweichen. Ja, ja. Echt? So. Sag, Moment, wir sind glaube ich schon viel zu weit, oder? Ah ne, minus 142, okay. Noch weiter. Ich finde es geil, wie man... Wie man die überall... So diese Überbleibung von irgendwelchen Leuten sieht. Hier hinter steht einfach mal so ein Crafting-Table. Ja, eigentlich müssen wir... 142 sind wir. 67 und 18. 67. Also hier vorne. 67 und... Hier kommt es hin. Ja. Ja. Ey, warte, lass nicht hier direkt campen. Warten wir uns da oben so ein... Warte, wir bauen uns da oben so ein hinterlistiges Ausguckfeld. Ich habe Corbystone. Oder einfach so eine kleine Höhle in die Wand hier, in den Berg. Das ist noch klüger. Ja, hast du eine Schaufel? Äh, ne. Aber eine Hand. Handarbeit. Das ist Wertarbeit. Der Eingang sollte aber nicht so groß sein. Jetzt sneaken? Jo. Ja, warte, lass noch ein bisschen größer machen vielleicht. Ich habe einfach keine Tools mehr. Ich habe die Walle weggeworfen. Hast du noch eine Workbench im Inventar? Äh, ne. Aber ich mache einfach mal... Ich habe noch Holz. Zack. So. Optifine erlaubt. Ranzoom? Ja, Optifine. Ja. Okay. Ziemlich Standard. Also ich habe... Also ich habe keinen Standard, aber... Ey, kein... Ey, Optifine. Ey, ich sehe Namen. Ich sehe Namen. Ich sehe Namen. Auf... Warte. Da sind zwei Leute. Da sind zwei Leute. Wollen wir stürmen? Warte. Chill, 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 chill. Ich habe Tränke. Aber auch Tränke. Wir... Wir warten... Wollen wir vielleicht warten, bis die Truhen da sind? Die sind da. Scheiße, wir müssen die jetzt... Warte, wir bauen uns einen Hinterausgang, okay? Okay. Warte, ich. Bauen wir noch eine Schaufel. Scheiße. Danke. Ja, das war Speed, das ist immer nichts Negatives. So, hier kommen wir auf jeden Fall schon mal raus. Vorsichtig, da sind... Sneaken, Sneaken, Sneaken. Ich sehe den... Ich sehe den Namen. Das ist dieser Mini, Mini, Mitzi LP. Milli? Milli LP. Mit der habe ich noch eine rechte. Die hatten die Diamantschwert. Was ist damit? Doch, hat sie. Ähm... Ja, scheiße, was machen wir jetzt? Tränke? Ja, wir müssen auf jeden Fall unsere Tränke auf sie draufknallen. Was hast du denn für Tränke? Äh, Weakness und Nausea. Nausea, da ist sie ziemlich am Arsch mit. Aber sie ist auch zu zweit, ne? Das ist halt das Problem. Wir müssen die getrennt erwischen. Aber das Speed ist jetzt vorbei. So, jetzt hin, jetzt komm, jetzt hin. Hin, 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 hin. Wenn sie an den Kisten sind, dann Tränke drauf. Da sind sie. Los. Alter, die... Die sind drei. Das sind drei? Milli? Alter, die können doch nicht zu dritt sein. Oh, ich habe dich gerade geschlagen. Nein, ich sterbe. Ich sterbe. Nein. Nein. Ja gut. Ja gut. Ja gut. Ja, die waren halt... Waren die echt zu dritt so zusammen? Ja. Ja gut. Komm, spektate mal. Jetzt sind alle sechs da. Ja? Ja. Ne, einer ist noch komplett lonely. Wie einfach alle den... Man sieht ja die ganz anderen Spectator-Videos hinterher. Ja. Ja gut, die waren zu dritt. Da hatten wir jetzt halt echt keine... Ne, die waren... Ich weiß nicht. Wer von denen ist denn jetzt ein echter Spieler? Das sind vier Leute, die mein Konto verfolgen, oder? Ja. Also das ist schade, ey. Ja gut, da muss man aber echt zu sagen, da hatten wir wahrlich keine Chance. Ja, das stimmt. Gegen drei und zwei davon haben die erschwert. Genau, da müssen wir sagen, da versagt selbst unsere Bosshaftigkeit. Da geht es dann doch ein bisschen so ums Equip. Noch 60 Sekunden. Das ist dann ein Deathmatch, oder was ist dann? Ja, ich will ja auch mal. Ja, Deathmatch. So, äh... Ah, so, 50 Sekunden noch. Aber ich muss dir sagen, wir waren echt ganz schön gut. Am Anfang halt schön die Feuerbälle auf die Leute draufgeknallt. Dann Kian und Oyboy, die einfach die Lappen überhaupt waren. Mit ihrem nicht vorhandenen Equipment. Ja gut, gleich wird es Deathmatch sein, dann ist es wahrscheinlich so eine Arena. Wenn die Leute sich dann noch gegenseitig klatschen, das können wir uns ja noch mit anschauen. Ja. Warte, warte, es lebt jetzt noch... Diese Millie... Oh, hoch. Sag mal, wir sind doch alle tot. Warum sind wir nicht in meinem Channel, fällt mir gerade auf. Weil ich nicht rausgehen kann und irgendwas machen kann. Aus dem Fenster. Nehmt ihr noch auf? Ich nehm noch auf. Nimmst du nicht mehr auf? Ja, die beiden sind ja... Wie seid ihr denn gestorben? Richtig schlecht. Wir waren einfach in der Schlucht, wir wollten einen klatschen. Und? So. Und dann haben wir zwei geklatscht. Wir wollten uns eigentlich Essen suchen und dann kam der dritte. Und dann kam der dritte. Wir haben es gesnackt. Beide. Ja, nee, mich haben die Flammen gesnackt. Ja, mich auch. Ich bin halt auf der Flucht dann einmal in Lava gegangen. Mal sehen, wer jetzt hier gewinnt. Ja, aber Kilian, was war ich mit euch los? Ihr wart doch die... Ihr wart die Lappen vom Dienst. Wie die jetzt? Aber echt? Ihr hättet gar nichts. Ja, doch. Wir hatten Eisenschwerter und Schuhe. Ja, aber wir hatten eine volle Eisenrüstung. Das habt ihr die ganze Zeit gemacht. Oh Gott. Oh Gott. Abagendon. Abagendon. Ja, das war Milli-Elf. Ihr hätt gewonnen. Ja, aber ihr hätt euch ja aufklatschen lassen. Also bitte. Auch wenn wir eigentlich im Liga gefehlt haben. Und vor allem Andi und Xander gefehlt haben. Ja gut, das war ja irgendwann in den ersten zehn Sekunden so gefühlt, ne? Ja. Dann würde ich sagen, wenn ihr das nochmal sehen wollt, dann, ja. Ja, und wenn ihr selber spielen wollt, äh, Funnel.eu. Und der beste deutsche Minecraft-Spieler. Genau. Und auch den Link jeweils zu unserem Mitspieler. In meinem Fall der Karsten. Hallo? Hallo? Was ist denn mit Karsten los? Das wollte ich gerade... Das ist mein Name. Ja, genau darin. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.